Ach hallo, da bin ich mal wieder und schaut, ich habe gerade die Jahresuhr fertig gemacht für das neue Jahr. Wisst ihr noch, wie es heißt? 2022. Ja, das neue Jahr. Aber wisst ihr was? Der Januar, der ist schon fast vorbei und nächste Woche fängt schon der Februar an. Mei, das geht so schnell. Mensch, und ich glaube, ich muss mir noch einen Kalender besorgen. Ach, da kommt ja Frau Käppa. Hallo, Frau Preisrüther. Hallo, ach du hast schon einen Kalender. Ja, ich habe meinen Kalender mitgebracht. Und gut, dass du so eine schöne Jahresuhr hast. Du musst mir helfen. Ach, gerne. Alle Geburtstage und Feiertage in meinen Kalender einzutragen. Ach, das mache ich doch gerne. Die Geburtstage und die Feiertage. Im Januar hatten viele Kollegen Geburtstag, aber der ist ja schon vorbei. Dann kommt der Februar. Hm, das ist mein Monat. Da habe ich Geburtstag. Hm, stimmt. Muss ich mir gleich direkt eintragen. Vielleicht auch noch andere? Aber nein, wir feiern noch etwas. Stimmt, im Februar ist ja Karneval. Genau, Karneval wollen wir wieder feiern. Und dann kommt schon der März. Und im März, da fängt nämlich der Frühling an. Genau, der Frühling. Oh, ich freue mich schon drauf. Ich auch. Oh, endlich ein bisschen mehr Sonne und Wärme. Und dann kommt auch schon der April. Da musst du dir auch eintragen. Da haben wir bald Ostern. Stimmt, Ostern. Und dann sind schon wieder Ferien. Ja genau, Ferien. Ach, klasse. Aber du kannst gerne mal schauen. Ich muss nämlich zu einem Geburtstag ein bisschen feiern. Tschüss. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Hallo, Frau Kippa. Hallo, Frau Sparaga. Was machst du denn hier? Oh, ich arbeite gerade in meinem Kalender. Ich trage alle Geburtstage und Feiertage ein. Weißt du denn, wann ich Geburtstag habe? Oh, ganz vergessen. Ich habe im April Geburtstag. Im April. Okay, trage ich es mir gleich direkt ein. Okay, super. Und wann hast du Geburtstag? Ach, das dauert noch. Erst im Sommer. Im Juli. Im Sommer. Im Juli. Okay. Und wann habt ihr Geburtstag? Stimmt, da kann ich mir das später auch eintragen. Aber jetzt muss ich erst mal los, bevor ich alles wieder vergessen habe. Okay. Dann sagen wir Tschüss. Tschüss.